Hallo Leute, ich bin Maria Ateno und ich bin jetzt in Magdeburg und wir sind in welcher Küche? Wir sind im Dom von Magdeburg gerade. Ja, und es sieht sehr schön aus. Und wir finden, dass der Hof der Kreuzgang oder so... Der Hof der Kreuzgang sieht wie Hogwarts aus. Das ist nur unsere Meinung. Oh Mann, siehst du nicht. Aber ja, und sie machen heute Konzerte, vielleicht Sogiette oder so. Nein, ich wünsche, es wäre... Okay, späte Videos kommen bald. Tschüss!